Ich werde mit dem Fuß den Sprüchenknopf zählen. Ich nehme das auf. Ey, komm, ich nehme das auf. Warte. Findest du mich eigentlich gar nicht... Warte. Ach shit, das reicht nicht mehr. Warte beim nächsten Mal. Verarsch mich doch einfach bitte nicht heute, ja? Was denn? Heute ist einfach ein Tag, weißt du? Da habe ich keinen Bock da drauf. Sie haben so lange nicht mehr aufgenommen, ja? Dann... Das muss ich wieder abhärten. Hm? Scheiße! Ach ja. Ja, ein bisschen kann ich mich ja beruhigen. Kann man eigentlich abbremsen? Nein. Und tschüss. Höh! Oh, wir haben Leben bekommen! Wuh! Autsch. Oh oh, das ist immer der sichere Tod. Ist aber gemein. Kann ich eigentlich Eier werfen, während ich auf den Stern bin? Nein. Nein! Warte mal. Das ist eigentlich immer der sichere Tod. Ist der Yoshi Island, weißt du? Ist der Yoshi Island, weißt du? Ist der Yoshi Island hat gesprochen? Hoi-H-He. Doe, der lebt auch von Streams und Spenden, oder? kann sein und zu woanders schlafen so wurde es gerade gespart gespart gescheitert an dieser stelle da weißt du als du da gesagt hast konnte ich gar nicht mehr ich kann ja wohl auch nicht reagieren am besten ich bin schon vorher irgendwann oder wir setzen den delay wieder auf 1 aber dann huckelt das ja immer so ne bei der aufnahme ne war asynchrone zu machen ja das stimmt das war sogar asynchrone macht so ein blöder misst aber auch wenn wir wollen wir gleich mal sehen wie du abkneiden wird ich bin besser ja wahrscheinlich schon ich hoffe es wahrscheinlich schon Sonntagames, guck! Sonntagames, guck! Mit Take! Und Mr. Steve geht! Nimm den Dollar, Phil! Das weiß ich gar nicht. Felix kommt aber mit, was man denn nicht kennt, glaub ich. Meden hab ich noch nie kennengelernt. Ja, der kommt mit. Ich weiß, wer das ist. Halleluja! Das darf ich noch, dass das er noch erleben darf. Ach ne. Ey, ich hab noch ne Burg vor mir. Ich weiß. Wer ist da der Boss eigentlich? Möbius. Das ist der Typ. Möbius. Wer ist das? Das ist hier Möbius. So'n Schlafmann. Fuck! Der hat sich fast zu 100% bekommen. Das ist der Highscore. Jetzt werden wir er sehen. Jetzt werd ich er sehen. Möbius. Ach, der! Eier! Wo krieg ich da die Eier her? Von ner Blume. Echt? Ist die da? Scheiße, da kommt was. Ey, wieso kann ich hier rein? Hast du gedacht wär der Eingang, oder wat? Oh Gott. Wie war das hier? Da gab's so'n Geheimnis. Schrapp-Attacke. Wo? Da vorne. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht was man muss. Nein, da gab's irgendwie... Ach, ich hab' ich vergessen. Da gab's irgendwas da. Ja, konnte man irgendwie die Bonus-Spiele irgendwie spielen. Ja? Möbius. So was war das, glaube ich. Ich hab's vergessen. Ich doch auch. Wo? Warum braucht man da die Leiter? Ich mach's einfach, Meier. Weil ich mein, man kann ja auch da unten lang. Ich glaub, da oben geht's auch nicht lang. Da oben geht's nicht lang, Sachs. Das weiß ich nicht, ja. Was ist das jetzt hier für ein Pudding? Möbius, seine Kinder, Alter. Möbius, seine Kinder, Alter. Da unten geht's wahrscheinlich nicht weiter so. Da unten geht's wahrscheinlich nicht weiter so. Das wollte ich eher gesagt haben. Da sind Möbius Kinder! Wo? Ja da, hier. Wo sind das da an der Seite misgeblieben? Ach ja. Jetzt ist das ja noch nicht so schwer. Bei uns ist noch gute Münze. Ah. Ah. Ich könnte es wagen. Aber es wäre Zeitverschwendung. Und wir haben ja heute schon genug deine Zeit verschwendet. Hä? Hä? Ich bin noch gar nicht. Ach, jetzt auf einmal. Das hab ich nie gesagt. Jetzt auf einmal. Tut er wieder, als ob er der Diebe wär. Versteh ich gar nicht, warum ich immer so als Monster wieder dargestellt werde. Hä? Ihr wisst ja gar nicht. Ich werd hier immer als Monster dargestellt. Nee. Doch. Ich würd hier immer als einer dargestellt, der eigentlich niemanden leiden würde. Hm? Ja komm ey, das ist ja wohl auch dein Verdienst. Äh, was mach ich denn? Ja. Bei deinen ganzen Videos. Weißt du? Weißt du, das waren alles für eine gerechte Sache. Ja. Ich bin echt am Arsch. Nein. 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 Recht wie sonst was. Wieso haben wir es jetzt verkackt oder was? Ich weiß nicht, ich muss mich von niemandem verantworten, nur vor Gott. Ja, kann sein. Da sagst du nix. Da sagst du nix, siehst du? Zur Hölle, was ist das denn jetzt hier? Ah. Ich glaub... Ja, da musst du lang, ne? Durch diese Parts... Oh. Oh. Würde mich die anderen hassen. Ich glaub auch, er ist ja Hater, ey. Ja. Alle hassen dich. Ja, muss auch mal sein. Wow, krass, seit wann kann er das denn? Oh, vielleicht schaffst du. Oh, vielleicht schaffst du. Wow, was ist oben? Wieso fliegt er durch die Treppen? Ich weiss es nicht. Behindert. Behindert. Oh, Ökowel, du weißt du nicht auf oder? Ja. Ding ist einfach ein Gipfel. Ja. Stefan ist auf jeden Fall da, Leute. Jetzt geht er da lang, weißt du? Stefan ja echt. Endlich mal Stefan treffen. Das wollen alle. Ja. Viele Anfragen bekommen? Bestimmt 100 oder so. Stefan, bis auf der Gamescom hieß es immer. Wuhuuu. Äh, muss ja mal sein, ey. Auch wenn es nur Sonntag ist. Weißt du, das war eine Falle. Nächstes Jahr, ey. Da gehe ich jeden Tag da. Echt? Na. Cool. Cool, dass du es einfach so jetzt sagen kannst. Ja. Also ich wüsste nicht, dass ich da nächstes Jahr auf jeden Fall... Ja, ich klar. Ich wüsste nie, ob ich irgendwie jeden Tag Zeit... Kannst gar nicht planen, weißt du? Nee, ich kann wirklich nicht. So auf jeden Fall nicht. Ich ja. Das ist... Krass ist das, oder? Das ist echt krass. Ganz ehrlich. Mittwoch geh ich hier nicht. DIVI MOVE, weißt du? Ausweisung. Jetzt hier, ne? Ich dachte, ey, Ausweis für die Hau-Degen, aber los! Oh, ist das nervig hier. Und dann die so okay. Tun's nix. Tun's nix. Weißt du, das ist witzig, wenn wir in DIVI MOVE wirklich unsere Videos gucken würden. Machen die bestimmt. Die folgen uns auf Twitter, die wissen auch unsere Videos. Ja. Die gucken, weißt du, die sitzen da immer alle zusammen so, vom... mit dem Büro so. Und dann gucken die halt irgendwie nicht. Da so, ey, ein Neu-Hau-Degen-Video sagen die dann! Ja, echt, ey, die sollen wir dann auch kommentieren, wie wär's damit? Ja? Eigentlich schon. Machen die jetzt. Also, falls ihr das seht, ey. Wow, shit, ey. Wow! Schachade. Ganz schön leben! Ja, und? Meinst du, wir gehen Game Over? Ja! Wieso das denn? Ja, wenn du so oft noch stirbst, dann... Bleib doch locker, ey, Mann! Wie du mich grad aufwägst! Ey, du wägst mich auf! Was passiert hier mit dem Teil? Mach nur ne Stammattacke einfach, danke. Und jetzt? Weiß ich nicht. Nochmal! Was war das denn? Ja! Eif! Oh, ich kam doch nicht mehr hoch! Lass mich aufwägst! Nimm den Müll. Nimm den Müll. Lass sie los. Hat einer das gegen meine Augenbraue? Das war auch jetzt glaub ich so richtig langweilig. Warte? Ich dachte er geht weiter, weißt du? Ich dachte er lässt mir keine Zeit. Ich so, ah, ich muss da schnell hinten! Und dann war es doch nicht so. Ey, du machst nicht wahnsinnig! Ich verliere den Verstand! Ja. Ich bin grad auch voll bei der Sache. Ganz ehrlich. Mir andere Sachen im Kopf. Das nicht unbedingt. Wir wollen doch zocken, deswegen sind wir doch hier. Ja. Ey, warte. Ich weiß, was ich mach. Deine, deine... Ach, die Finger gehen noch. Dann ist ja alles gut. Ich bleib jetzt einfach geduckt. Mach irgendwas anderes währenddessen und du sagst mir Bescheid, wenn ich nicht mehr mich ducken kann. Weißt du, aber nein! Du konzentrierst dir jetzt volle Kanne da drauf und fertig! Was haben wir denn hier? Ich werd da nicht drauf achten, weil es ist mir doch egal was zu tun. Wer ist da, bitte? Genau! Ich hab geschrieben. Du? Ja. Ja. Wem? MK Allstars. MK Allstars? Ja. Bei Whatsapps. Stimmt! Wer hat denn da mal was gemacht? Genau, genau, wie zoppelt's genau! Ja, ich hab jetzt irgendetwas geschrieben, um zu beweisen, dass ich hier nicht bei der Sache bin. You understand? Ja, ich schreib auch was, ey. Pass auf. So. Wird natürlich nicht gesendet. Doch, wird gesendet. Hab ich ja doch bekommen. Hast du bekommen? Ja, aber gerade muss ich ja was machen. Witzvoll. Spiel, du Knecht. Spiel selber, du Knecht. Aaaaaaah! Ey, ob ich das schaffe? Wie weit denn noch? Das ist echt grad ne Qual. Ja. Wo ist denn Möbius? Kann ich nicht einfach hier unten bleiben? Warum sollte ich jetzt wegen dem Ei da hin? Ich weiss es nicht. Mach jetzt doch keine Dummheiten, bleib einfach da. Jetzt muss ich springen. Weißt du, das Problem ist, wenn ich jetzt verkacke, dann muss ich das alles normal machen. Jaaaa. Ach du heilige Muttergott. Woaaa! Leichtathletik-WM ist vorbei, Junge. Was ist vorbei? Leichtathletik-WM. Ja, stimmt. Hab ich aber geguckt immer. Ich auch, soweit es geht. Soweit ich konnte. Ja, richtig. Weiß aber, die meiste Zeit war ich ja immer vorm PC und hab gewartet, bis ich endlich angenommen werde, damit ich Mastercard mitspielen kann. Ah. Aber... Ich glaub, wenn man da guckte... Aber ich wurde ja nicht eingeladen. Ja. Mir wurde auch gar nicht Bescheid gesagt. Ja, das war richtig scheiße. Ich glaub nicht, dass der Brot das kommt. Ah, ey, wir haben es fast geschafft. Wie lange hab ich aufgenommen? Eine Stunde gleich. Also 32 Minuten Parts. Ich dachte, 4-15 Minuten Parts. Das können wir natürlich auch machen. Oder 32 Minuten. Das ist ein Kompromiss. Ja, stimmt. Oder... 6-10 Minuten Parts. G объhns. Gnamescom Sonntag. Ja. Mit. Dake. Weißt du, das letzte mal haben sich die Leute beschwert, dass wir nicht Bescheid gesagt haben. Jetzt hab ich aber... Aber sowas von Bescheid. Ach! Wie gesagt, es gibt keine genaue Sachen, wo wir da stehen oder sind. Das funktioniert nicht beim Boss, hast du eigentlich nie was gelernt? Ich hab das auch nie wirklich gespielt. also die leute erkennen ich doch gestank weil ich meine erster wieso sollten sich nicht erkennen am john cena shirt das trage ich diesmal gar nichts oder das wird ganz schön knapp hier ok kommen wir jetzt hier ich muss ruhig bleiben ich habe noch nie nie gesehen dass einer von diesem bostier Möbius da hat er mich genutzt der Möbius Möbius von Legacy of Cain der Zeiten Typ da Kamek war gar nicht da oder war er doch da doch klar hab ich das weggeklickt einfach denkst du er wachsend so oder ja guck mal er sagt nichts er sagt halt nichts er macht halt nur ne beim ersten mal hat er was gesagt aber jetzt hab ich einfach weggeklickt ok jetzt hier pass auf guck du hast keine Eie du machst das einfach scheiße ja hoffentlich gerade bewusst ok stell dich doch nicht so nah dran ey und da da und ja was machst du da ja hast du gesehen ich hab mich erwischt wie erwartet bleib doch ruhig ich warte ich kann gar nichts mehr aber ne in die stunde wir hätten wir schon durchspielen können richtig da muss ich die Zeit gleich rausholen wer hat noch ein Leben muss gleich Speedrun machen Ah, bin ich gut, ey. Ich bin so, ey, ich bin, ich bin's einfach. Weißt du, wie du noch dachtest, gerade, dass ich's wieder verkacke? So schlecht ballert mit den Eiern, ist ja klar, ey. Ey, tut mir leid, dass ich mich mit Eiern nicht so gut auskenne wie du. Ich hab halt zwei, damit muss ich mich halt auskennen. Ja, aber anscheinend... Du anscheinend nicht, ne, so sieht's aus. Boom, anscheinend, so, damit finden wir das, ne, ich hab's dir gegeben.